Das sieht mir aber nach der Schule aus. Ist das Deiner direkt an der Schule oder wie? Ach, Digga, ja natürlich sieht mir das nach Schule aus. Ich dachte irgendwie, die Cutszene, die liefern uns jetzt direkt... Scheiße, die liefern uns jetzt direkt beim Deiner ab, aber, äh, ja gut. Natürlich nicht. Okay. Alter, was? Dies ist Nathans Vater. Diese Nachricht soll ich wissen lassen, dass jeglicher Versuch, meinen Sohn zu diffamieren und zu erpressen, rechtliche Auswirkungen haben wird. Du bist nicht die erste Schülerin, Blackwells, die es versucht, aber hoffentlich die letzte. Betrachte dies als letzte höfliche Warnung. Digga, was geht bei denen jetzt mal for real? Alter, wollt ihr mich komplett verarschen? Wollt ihr mich komplett verarschen? Die Prescott Dormitory? Oh, diese Leute mit zu viel Einfluss, ne? Das ist ehrlicherweise einfach nicht gesund. Die sich dann aber auch denken, die können sich alles erlauben, so, weißt du? Ist das einfach ein Totem da hinten? Was ist da los? Ah, ist ein Totem. Äh, ich komme gar nicht drauf klar. Ich komme einfach nicht drauf klar, no joke. Das ist echt zu viel für mich. Hey Samuel, you're up early. Oh, hello young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning. For food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. Nothing weird there except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. So, ähm. Warte mal ganz kurz. Also, ja, davon haben wir schon mal ein Foto gemacht. Sehr schön. So. Da ist ein Squirrel. Und hier ist Taylor. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment. So talk. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. Okay. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. I guess I've had mean, bossy best friends too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Okay. I don't think I've actually seen Taylor alone without team Victoria. Yeah, also, keine Ahnung. Das ist halt so irgendwie, das ist so Grischee-Ami-Hollywood-Action, so Film-Action Hollywood, was glaube ich. Okay, aber diese, diese eine Freundin, die so, die so, dieses arrogante Girl, was dann ihre Freundin immer fertig macht, aber die Freundin trotzdem für ihre Zeit zu sehen. Und ich weiß nicht, warum ich meine Hand dabei oben habe, aber das unterstützt, wie arrogant sie ist. Und ich weiß nicht, warum ich meine Hand dabei habe, aber auch warren ist. Und ich weiß nicht, warum er warren ist. Oh, was machst du hier? Ich warte für eine Anruhe? Ich meine, ich habe schon den Anruhe. Ich habe schon den Anruhe. Ich wollte mich darüber reden über die Aktionen gestern. Ich bin ein persönliches Superhero. Du bist ein wirklicher Herro. Du bist ein wirklicher Herro. Du bist ein Bully und es war großartig. Selbst wenn du mich mit dem Bully und mit der Frau weggebracht hast, sie ist ein ziemlich Punk Rock. Wie kennst du sie? Du kennst du sie? Ein alter Freund. Chloe Price. Wir haben uns noch nie gesehen in einem Zeitpunkt. Ich hoffe, du bist glücklich zu sehen, dass du sie in der Trucke wie eine Rockstar. Was fragt die Frage, warum ist Nathan Prescott Psycho auf dich? Ich hab ihn erwischt. Halt dich lieber raus. Er ist gefährlich. Ich will nicht, dass du dich involviert hast. Du hast mich da, aber lehlo. Nathan Prescott wird bald sein Karma bekommen. Wierde fucking Weep. Wie das Bizarro Snowfall, gestern? Die Dystopia. Das Drive-In ist ein 70er Planet-of-the-Apes-Marathon. Let's go, Ape! Ich hab grad nicht aufgepasst. Ich hab grad einmal nicht aufgepasst. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Ich liebe diese oldschool Ape-Filme. Das war leichter, als ich dachte. Cool, ich zeige dir die Info. Ja, gerne. Hey, wir machen was mit Warren, Mann. Das ist doch ein Lieber ohne Scheiß. Warren ist doch ein Lieber ohne Scheiß. David sprechen mit Nathan kann nicht gut sein. Das hat etwas zu tun mit Kate. Oder Rachel. Morgen. So, dann wollen wir mal. Auf zum Diner. Oh. Musik rein. Sehr geil. Das ist cool. Das ist schön gemacht. Fällt mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik wir lassen einfach erst mal ein bisschen wirken ja Oh der Leuchtturm So mal schauen ob wir jetzt auch Chloe's Schwester wiedersehen Ich wollte gerade sagen kennenlernen aber wir kennen sie ja Mal gucken ob sie gerade Schicht hat Don't try to take you from it's mine I wouldn't dream of it I'm gonna be a millionaire hope nobody Steals my lord talk about going back in time the diner looks exactly the same Hi your look lost close do you know if the bus has come yet the online schedule isn't working I just got off the school bus but I'm sure the regular bus is coming to oh that's a relief I can't be late for this job interview can't believe I have to take a bus all the way to Newport just to find a second job are things that bad Junge, Leute, die zwei Jobs haben, auch meinen größten Respekt, Alter. Alles klar, viel Erfolg auf jeden Fall. Chloe, ich bin noch da. Spät dran, schnapp dir einen Tisch im Diner, Mama füttert dich. Das hoffe ich, vielleicht schaffst du es zum Mittagessen. Hat sie nicht noch gesagt, ich soll pünktlich kommen? Die Sau. Das Foto machen wir auf jeden Fall. Yeah, yo, let's go. Sehr wichtig, krass, dass wir für diese Fotos auch Profäne erhalten. So, was haben wir denn hier? Wenn sie spät dran ist, dann können wir uns ja in Ruhe umsehen. Schau mal an all diese Flyers. Es ist so schade, dass niemand sie lesen kann. Save our Bay. Erhalte das Herzblut von Arcadia Bay. Rette die Bucht. Beende die menschengemachte Dürre in der Bucht. Richtig so. Kann man das irgendwie unterstützen? Das finde ich gut. Er sieht aus, wie ein Bild von Arcadia Bay, der Krusty-Fisherman. Guten Morgen. Sieht, dass du bereit bist, um ein bisschen Serious-Fisch. Ich wünsche, junge Frau. Arcadia Bay nicht nur die gleiche Fischung-Town, wie ich aufgewachsen bin. Hat die Stadt verändert? Von Neptuner, es hat. Sieht, wie ein Leben früher, als ich der König des Harbors war. Sieht, wie ein Bild von Arcadia Bay ist, was Fisch. Oh, Fisch warst du auf meine Fischung, bis die Prescotts und ihre Finanzen fienden schnappern, die Hörbors haben. Die Prescotts haben viel Kraft. Sie vielleicht wiederholen die Stadt Prescot Bay. Oh, Mann. So, ja, wir müssen los. Wahrscheinlich können wir nicht über die Straße, oder? Nee. Dann lass uns mal Richtung Deiner gehen. Und da eventuell auch mal ein Pläuschen mit der Schwester machen, die wir ja auch lange nicht gesehen haben. Was steht denn in der Zeitung? Ich wundere, ob sie das Schnee erklären. Schnee? Well, das ist ein guter Start der Geschichte. So, Wetterdienst vom Schnee überrumpelt. In einem seltenen Eingeständnis hat der Nationale Wetterdienst gestern zugegeben, dass es noch keine Erklärung für den ungewöhnlichen und kurzzeitigen Schneefall diese Woche in Arcadia Bay, Oregon gibt. Gut. Und mit dem auch plaudern. Okay. Ich lese immer, wie Arcadia Bay großartig ist. Das Papier kann nur darüber reden, oder über die verletzten Mädchen. Du meinst Rachel Amber? Ich glaube. Ich glaube, sie rief, weil sie Angst hat. Wer würde hier nicht sein? Okay, der war jetzt nicht sehr, sehr hilfreich. Lass uns lieber reingehen, ohne Scheiß. Wir sollten vielleicht auch nicht jeden anlabern, oder? Man, das Smell von Frühstück und der Sound von klingelnden Silberware macht mich wieder 13. So, Broschüren, Broschüren, Broschüren. Ausflug zum Bigfoot. Erforschen sie die wilden Wälder Arcadia Bay mit angemessenen Kryptozoologen. Mit dem angesehenen Kryptozoologen Chuck Pierce Jr., Autor von Bigfoot, Mythos oder Wissenschaft. Und Bigfoot, Monster oder Tier? Sprecher im Dokumentarfilm Bigfoot, ich glaube an dich. Schließen sie sich jeden Samstag und Sonntag Chuck für eine halbtägliche Wanderung zu den Orten, an denen eine Sichtung des Bigfoots am wahrscheinlichsten ist. Chuck teilt sein weitläufiges Wissen von Erzählungen, Legenden und Fakten. Und sie werden am Ende des Tages einen Fußabdruck des Bigfoots mit nach Hause nehmen, der in einem Gebiet erstellt wurde, das nur Chuck Pierce Jr. kennt. Für weitere Informationen und genaue Zeitangaben kontaktieren Sie bitte diese E-Mail-Adresse. Alles klar. So ist es nicht, die Schwester? Wir können uns ja immer ein bisschen umsehen. Hier sind die Toiletten. Gibt es hier irgendwas? Digga, hier ist ja überall was. Arcadia Gay sucks. Okay. Danke, Redneck-Poet. Aufgepasst! So. Sehr nice. Noch ein Graffiti. Was steht denn da? Rachel A. owes me a BJ, so does your mom. Flush before pissing on floor. That Graffiti has been here forever. Kate Marsh love you long time. Also hier sind teilweise echt interessante Sachen. So, die Boys. Soll ich mir einmal einen Platz suchen? Scheinbar nicht. Nische hinsetzen. Ich würde ja gerne nochmal gucken, ob ich mit irgendjemandem noch plaudern kann. Das ist lustig. Unsere Familie hat nie so gut gesehen. Es sieht Spaß. Jukebox. Können wir gleich mal schauen. Ich vergesst über das Fischungswelle der Fahne. So, hier ist also der Walfang auch so ein Ding. Irgendwie habe ich gedacht, die unterstützen die Fische ein bisschen, aber wahrscheinlich nicht so. Drool. Want everything. Oh, da sind Donuts. Böse Donuts. Oh, das ist sogar Joyce. Für Joyce. Die besten Burger und wundervollste Atmosphäre in Oregon. Auf bald. Ist auch nicht viel besser. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, das Banjo-Stück würde sich mehr nach Country anhören, aber das hört sich auch nach Country an. Hätten wir das vorher gelassen sollen, ey. Scheiße. 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 Ich weiß nicht, aber ich wünsche dir, dass du hier bist, um Hilfe zu retten, Chloe zu retten. Sie hat gesteckt, um zu retten, um zu retten. Ich weiß. Chloe hat mir gesagt, dass ihr Vater sie verletzt hat. Ich bin sorry, dass das deine Ausbildung zu David war. Ich hoffe, dass du ihn mit deinen Begriff kennenzulernen kannst. Ich hoffe, dass du ihn mit deinen Begriff kennenzulernen kannst. Er ist ein guter Mann. Er ist einfach... Ja, ich bin sicher, dass du ihn mitbekommen hast. Aber nicht so schwer auf Chloe. Es ist gut, dass du hier bist. Ich hoffe, dass du einen guten Influen kannst. in ihr Leben, jetzt. Ich werde, ich versuche. Ich weiß, dass Dinge schwer für dich und Chloe waren. Ich fühle mich schlecht, dass ich nicht zugekommen. Jetzt meine Leute sind in Seattle, und ich bin alle alleine bei Blackwell. Das ist mein Karma. Du hast das richtig gemacht. Wir haben mit deinem Leben. Ich habe, nach William zu gehen. Chloe? Chloe hat mich entschieden, zu bleiben. Anyway, ich hoffe, dass wir mehr von dir sehen. Chloe braucht ein altes Freund wieder. Joyce, ich bin so sorry über William. Ich habe großartige Erinnerungen von ihm. Ich bin froh, Max. Das war er für uns für uns. Wunderschöne Erinnerungen. Ich bin froh, dass Chloe noch nicht versteht. Chloe versteht, sie nur braucht Zeit. Ich weiß, dass das für dich ist. Oh, sie hat all die Phasen. Achsehbar, nachzuladen, 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 nachzuladen. Ha! Jetzt muss sie gegen ihren Vater rebelen. Ich verstehe warum, ich meine... Warum? Was hat Chloe gesagt? Well, Chloe hat mir gesagt, dass David sie verabschiedet hat. Er fühlt sich verrückt. Und er wird verabschiedet. Aber Chloe empfiehlt David. Und das ist nicht fair. Er hat seine Schuld in der Krieg verabschiedet. Er lebt über sie, zusammen mit all den Studenten in Blackwell. Das ist keine Chance, eine Mädchen zu verabschieden. Er ist ein Junge. Ich mag es auch nicht, Max. David sagte, es würde nie wieder passieren. Er ist wahr zu seinen Worten. Ich wollte uns bald eine Familie sein. Ich glaube... Ich glaube, es ist alles über Zeit. Ich denke, du bist richtig, Joyce. Also, jetzt geht's auf die Nitty Gritty. Was willst du essen? So... Wir... Also, ich bin ehrlicherweise eher ein Fan von Deftig anstatt Süß. Deswegen nehmen wir das Baking Omelette. I was dreaming about your Baking Omelette. Now finish your coffee. Das ist auf jeden Fall mehr meins. Und dann gibt's natürlich noch einen Donut. Liebe Donuts. Oh yeah. Einer Baking Omelette für die jungen und jungen. Die einzige, die auf dem Menü verändert sind die Preise. Äh, der Klassiker, ja. Die Preise ändern sich immer. Wie teuer ist denn jetzt ein Donut? Wo haben wir die denn? D-d-d-d-d-d-donut sehe ich gerade gar nicht. Schade. Schade, schade, schade. Bacon Bigfoot. Krabben Küchelein. Kein Krabben Burger, sondern ein Krabben Küchelein und ein Bacon Omelette für 6,50. Na gut. Ich hoffe es ist auch eine große Portion. Aber belgische Waffeln wären noch teurer gewesen. Bacon ist 12 o'clock heiß. Das ist Nerd Graffiti. Warren muss hier sein. Äh. Das Lichthaus sieht so mysteriös. Ich wünsche, dass ich in diesem Moment für immer bleiben könnte. Ich glaube, dass ich jetzt eigentlich kann. Aber dann wäre es kein Moment. Aha. Ja, stimmt. Oha. Weise Worte. Weise Worte auf jeden Fall. Hey, es ist frühmorgens. So willst du mit einem Bier? Können wir noch mal was machen? Jetzt kommt erstmal unser Essen. Ich kann deinen Kopf rumbling von hier, Max. Danke. Du magst das. Ja, ich bin letztendlich. Ich bin so ein Baby. Ich bin so ein Baby. Ich bin so ein Baby. Ich kann dich nicht glauben, dass du eine Frau bist. Wenn ich die Bilder von Chloe schaue... Ich weiß, dass ich die Bilder von Chloe... ...und die Geisterin. Oh, yeah, yeah, yeah. Gangster, Gangster! Ja. Das ist die Strafe. Nur eine Scheibe Bacon fürs Kippen. Sinnlos. Das ist alles passiert so schnell. Wir beginnen schnell. Hier, jetzt. Ich kann Ihnen alles, was Sie haben in Ihren Pocken. Du hast X-Ray Vision, Mann? Ich weiß nicht, was in meinem Pocken. Mal sehen Sie. Okay, Max. Impress mich. Äh, ach so. Some old chewing gum? Nada. Not impressed. Okay, psychic girl. Let me show you what's actually in my Pockets. So, Zigaretten, Geld, Anhänger. An... So, warte kurz. Okay, Max. Study every item carefully and don't forget anything. Schlüssel, Zigaretten, Kleingeld und ein Strafzettel wegen Falschpacken. Strafzettel, Kleingeld, Zigaretten, Schlüssel. So, Zigaretten. I'm pretty sure you have cigarettes on you. Yes, you know, I'm a smoker. But how many cigarettes? Scheiße. Äh, 13 waren's... So viele waren es nicht, ne? Sieben. Seven cigarettes. Superpower that allows you to count cigarettes. Cool. Amazing. Something else in my pockets? Äh, Strafzettel? A parking ticket. You know me well. But, what is the exact time I was busted? Boah, Tigger, übertreibt doch nicht! 10.34am. Booyah, Max can tell time. Even a broken clock is right twice a day. Whatever the hell that means. Your car keys. Duh, way too easy. I need details. Describe my keychain. Äh, Pinguin Panda. A cute robot panda keychain. Not bad, Supermax. You do have that Irish luck, Caulfield. What else? Geld, ja. Hmm, some money. Clearly I'm rich as fuck. How much do I have? Digga, woher soll ich das wissen, Alter? Als hätt ich es gezählt. 86 cents. That's right, living large in Arcadia Bay. Hat wirklich alles richtig geraten, Alter? Lada doch nicht, das ist richtig Glück gewesen, Alter. Also, wenn das jetzt wirklich alles richtig war. Amazeballs. I've literally just got chills all over my neck. You have powers. I'll take that crap off the table, Chloe. Sure, Mom. Hey! Ich kann's wirklich, Alter. Ich bin auch kurz in der Zeit gereist. Ich hab das nicht gemerkt. Ah! Ihr habt's nicht gemerkt. Man, I'm hungry like the wolf. Clearly. I'm freaking out about what just happened. You have to show me more. Something way cooler so I will believe you without any doubt. I will predict the future. No way! Now, pay attention to everything that happens in the next few moments, so you can dazzle Chloe with your mad power. Oops. Did you break another cup? Really? No refill for you. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Boah. Too much. I'm going to predict four events that will happen in the next 30 seconds or so. Wait. 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 The trucker lets a bottle fall. The police. The trucker drops his mug and Joyce rips him a new one. So, what happens next? The police. The police. He holds a note and goes. And his partner. What? The cop gets an emergency alert on his radio and he answers it. Well. Let's just see how this goes down. Warte mal. Äh? Justin and Trevor streiten sich. Joyce. Justin and Trevor fight and Joyce beats them. Yes. You still need to tell me one more event, Max. Das war, glaube ich, nicht so 200% gerade. Wir haben das letzte Event gar nicht mitbekommen, ne? Oops. Did you break another cup? Really? No refill for you. Psh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. You are really whiffing this. Hey, warte. Oh fuck, das müssen wir nochmal machen. Was macht die Frau dahinten? Die ist aufs Flo gegangen. Okay, die Jukebox geht kaputt. Okay, nochmal. Scheiße. So, der Trucker lässt seine Tasse fallen. The Trucker drops his mug and Joyce rips him a new one. So, what happens next? Der Polizist erhält einen Notruf und geht. Und er antwortet und sein Partner fährt davon. So, Justin und Trevor streiten sich und Joyce schlägt sie. Ach, und Joyce schlägt sie. Und Joyce beendet es und Joyce ist es egal und Joyce feuert sie an. Die Jukebox dreht durch, als eine Kakerlake durchkrabbelt, als eine Flieger aufgelandet, als ein Schmetterling aufgelandet, als der Trucker... Oh. Was ist passiert? Ich habe nichts gesehen. Ist es der Schmetterling? Hä? Was passiert zum Schluss? Da war auch niemand. An der Jukebox. War der der Schmetterling? So. Wir werden eins in das Safe entdecken. Oh nein, das ist eine Kakerlake. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Fuck it. Komm. Drei von vier ist doch reich. Ach, Mann, ey. Ich habe die Kakerlake halt for real nicht gesehen. Ich dachte, es wäre der Schmetterling wegen Dings. So, bla bla, lässt Tasse fallen. Äh, habe ich das jetzt richtig gesagt? Partner fährt davon. Well, let's just see how this goes. Joyce beendet es. Und als letztes, bla bla bla, Kakerlake. The Jukebox goes crazy as a cockroach crawls on it. Pretty bizarro, man. Jetzt haben wir es. Ah, ey, man merkt schon, jetzt ist die Szene anders, die Szenerie anders. Ups. Oh, way to go, Mann. Did you break another cup? Oh, way to go, Mann. No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You called him. But he's off to go bust some skaters. You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. You predicted a cockroach on the jukebox? I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that. Of course it's a toy. The best toy ever. You can bang anyone with no strings attached, rewind time, and boom! It's like it never happened. Wow. Wow. Maybe you made a move on me and I would never know. Yes. That's what I did. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. I don't have time. You did not just say that. Oh. Check out your nose. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay, girl wonder. Show me the way to Chloe's cave. I think I'm ready for thirds. Would you only go first? I think I'm going toisode it. At the moment we have to do a good adventure. I won't tell you. I don't mind. Let's go. It might be a good adventure. Alright, Supergirl. Let's go to my secret place. Don't even answer. We have places to go, and people to do. Come on. Before mom starts some more shit. Let's bail. It's Kate Marsh from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in five years, and now you're all over some biatch you see everyday at school? Boah, Digga, wir müssen rangehen, ihr geht schlecht, Alter. Ey, wir können sie nicht hängen lassen. Na, da brauchst du sich echt nicht so anstellen. Da brauchst du sich echt nicht so anstellen. Ja. Ja.